Es ist so schön, dich wieder begrüßen zu dürfen. In Epheser 1, Vers 3, damit möchte ich starten heute, heißt es, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Das Erste, was mir auffällt, ist, nirgendwo in der Bibel wird materieller Reichtum oder materielle Dinge als göttlicher Segen bezeichnet. Deshalb, wenn hier die Bibel über geistlichen Segen redet, dann redet sie nicht über Geld oder Besitztümer, sondern wir wollen das mal ein bisschen aufbröseln. Da heißt es, gelobt sei Gott, der Vater. Also es beginnt mit einer Eulogier. Das bedeutet auf Deutsch mit einer Danksagung. Wir sagen Gott Dank für alles Gute, was wir empfangen haben. Und dann merken wir, der uns gesegnet hat. Segen bedeutet wörtlich übersetzt, Gutes sprechen über jemand. Also wir sprechen Gutes über Gott, weil er so viel Gutes über uns spricht. Und immer wenn Gott Worte spricht, gute Worte spricht, dann wissen wir, bringt er Gutes in Existenz, weil der Herr sprach und es wurde. Und so arbeitet er bis heute. Gott spricht geistliche, unsichtbare, himmlische Realitäten über uns aus. Wenn wir die Verse danach ein bisschen lesen, stellen wir das fest. Nämlich er spricht uns Erwählung zu, Vorherbestimmung zur Kindschaft, Erlösung, Vergebung der Sünde, Heiligkeit. In Epheser 1, Vers 13 und 14 wird gesagt, wir empfangen sogar ein Siegel, nämlich dass wir Eigentum Gottes sind und das geschieht durch den Heiligen Geist, der uns zum Unterpfand gegeben wird und der uns die Verheißung auch auf ein himmlisches Erbe schon zuteil werden lässt. Großartige geistliche Segnung. Und darüber hinaus fordert uns Gott auf, dass wir einen neuen Lebensstil entdecken sollen, nämlich den der Gottseligkeit. Da heißt es in 1. Timotheus 4, Vers 7 und 8, denn die leibliche Übung ist zu wenig Nütze, aber die Gottseligkeit ist zu allem Nütze und hat die Verheißung der diesseitigen und der zukünftigen Welt. Wow, wir sollen lernen, sowohl in dieser als auch in der himmlischen Welt gleichzeitig zu leben, indem wir Gottseligkeit entdecken und für uns zum Lebensstil erwählen. Gottseligkeit, Gott wohlgefällig, Gott geprägter Lebensstil im griechischen Eusebäer. Und der ist der Lebensstil, den wir in beiden Welten brauchen und wir sollen das schon hier lernen, in beiden Welten der gegenwärtigen wie in der göttlichen Welt zu leben. Und Jesus war beides. Er war vollkommener Mensch und vollkommener Gott. Und er war das Vorbild. Und die Bibel sagt, hey, wir sollen genauso sein wie er. Er ist nur der Erstgeborene aus den Toten, aber wir kommen alle hinterher. Und deswegen wurden Christen genannt, weil sie wie Christus waren. Und das ist unser Anspruch, unser Ziel. Wir wollen wie Christus leben, hinein in dieser Welt schon und auch in der zukünftigen. In Johannes 14, Vers 20 heißt es, ich rufe uns das nochmal ins Gedächtnis. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir seid und ich in euch. Jesus, der Herrliche, Übernatürliche in uns. Es gibt diese gegenwärtige Welt und die ist gebunden an Zeit und Raum. Aber es existiert auch diese neue Welt ohne Zeit und Raum. Und wir sollen lernen, in beiden Welten zu leben, indem wir diesen gottgeprägten Denk- und Lebensansatz führen. Der Heilige Geist leidet uns schon im Hier und Heute. Und gleichzeitig sitzen wir, Epheser 2, Vers 6, mit Gott auf dem Thron im Himmel und dürfen himmlische Autorität durch Gebet freisetzen. Und ihr Lieben, wenn wir als Kinder Gottes in neuen Sprachen reden, dann machen wir das auch. Wir sind in beiden Welten gleichzeitig. Im Natürlichen sprechen wir, aber in der geistlichen Welt werden diese Worte in Existenz umgesetzt. Sowohl auf der Erde wie im Himmel. So, das bedeutet, durch den Heiligen Geist empfangen wir und lernen wir, das Beste aus beiden Welten zu holen. Was für ein großartiges Geschenk. Lebe übernatürlich heute. Vielen Dank, dass Sie unseren Kanal besuchen. Es ist unser Ziel, Ermutigung und Freude am Glauben weiterzugeben. Mit einer monatlichen Spende von 10 Euro helfen Sie uns, diese wertvolle Arbeit weiterzumachen. Gemeinsam für Gottes Reich. Gott segne Sie. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!